Moin liebe Schülerinnen und Schüler, mein Name ist Sebastian Thiesen und in diesem Video erkläre ich Ihnen kurz, wie Sie Ihren persönlichen Raum betreten können. Dies ist eine neue Funktion von Schulkommen Sie und es kann sein, dass Sie in Zukunft öfter dazu aufgefordert werden, in diesem persönlichen Raum Aufgaben zu bearbeiten oder Materialien einzustellen. Um Ihren persönlichen Raum zu betreten, melden Sie sich wie gewohnt bei Schulkommen Sie an. Ich habe dafür einen Demo-User angelegt, einen Demo-Schüler. Nach einem erfolgten Login können Sie Ihren persönlichen Raum über einen Klick auf den Button Meine Räume betreten. Hier sehen Sie, dass Sie einmal Ihren Klassenraum aufgeführt haben. Der lautet bei mir Demo-Raum und da ich selber als Schüler BBZ-Demo heiße, heißt mein Personenraum entsprechend BBZ-Demo, so wie ich heiße und im Anschluss daran ist dann meine Klassenbezeichnung aufgeführt. Da kann ich jetzt draufklicken und dann gelange ich in meinen persönlichen Raum. Dieser ist genauso aufgebaut wie das eigentliche Klassenzimmer, das heißt man hat hier eigentlich die gleichen Möglichkeiten Dinge einzustellen, also beispielsweise in den Bereich Materialien zu gehen und dort über den Bereich Aktionen einen neuen Eintrag erstellen. Hier geben Sie dann wie gewohnt alle Daten ein, eventuelle Dateien, die noch dazu sollen und legen dann den Eintrag an. Aber das haben wir Ihnen ja auch genauer noch erklärt in einem anderen Video. Der Link dazu sollte hier irgendwo erscheinen. Grundsätzlich gibt es noch eine andere Möglichkeit, den eigenen Personenraum zu betreten. Dazu wechseln wir hier oben über den Button Meine Räume einmal in das Klassenzimmer, also hier in meinem Fall der Demo-Raum. Und hier kann ich jetzt auch einfach Personen auswählen. Hier sind jetzt alle Personen des Klassenraums aufgeführt und hinter meinem eigenen Namen, BWZ-Demo, befindet sich so ein kleiner Button, ein Pfeil, der zu einer Tür hin zeigt. Und das wird hier schon eingeblendet. Über diesen Button kann ich ebenfalls meinen Personenraum betreten und dann bin ich hier quasi wieder gelandet. In welcher Form der Personenraum dann genutzt werden soll, das werden Ihnen Ihre Lehrkräfte erklären. So wissen Sie zumindest schon einmal, wie Sie Ihren persönlichen Raum finden und betreten können. Ich hoffe, das hat Ihnen ein wenig weitergeholfen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.